Kalttutland! Entstanden ist das Ganze eigentlich ungefähr vor acht Jahren mittlerweile. Es sind dann einfach die Leute, mit denen man am häufigsten fährt und dann macht es einfach am meisten Spaß. Hat alles super hingehauen, Speed war okay, müsste eigentlich schon was dabei sein. Uns gibt es schon ewig, wirklich seit 2004. Immer schon die gleiche Crew im Prinzip. Schauen, dass wir ein cooles Movie machen und hoffentlich geben wir den Viper über, dass wir Spaß beim Skifahren haben. Die Jungs haben schon Gas gegeben, also auf jeden Fall war gut. Ich freue mich nicht. Ich freue mich. Wer muss das, was du? Was du nicht sagen? Du bist ja, ich bin einfach am Tag. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.